und was sind das hier für bäume sind das auch wieder die um abos zu bekommen bei city skylands erstmal ein akw bauen genau so wenn man abos braucht erstmal ich habe dich abonniert und werde dich in meinem nächsten video verlinken ehre dafür auf jeden fall pilot ehre dafür er ist jetzt nicht so dass ich jeden bei bei youtube direkten abo da lassen aber du warst ja jetzt auch schon oft hier gewesen und dann macht man das einfach mal in dem einfach mal hier so ein buch mit was wir haben haben war da lang ach guck hier ist wieder ein rätsel okay nicht zu danken ich danke mich bei dir noch habe ich es nicht gemacht ich glaube das geht tagsüber nicht nachts nicht das gefühl gucken wir trotzdem mal okay hier ist auch noch einer mit mechanismus verriegelt jetzt erstmal gucken wo der mechanismus ist aber ist ja eigentlich erstmal relativ egal da oben da oben das sein muss ich treffen okay aber ich glaube dafür muss tag sein also sonne scheine hä wie bin ich denn jetzt so schnell bei denen vorbei da ist wieder eine mine mit kupfer wir gucken uns natürlich die region doch mal an weil ist noch nicht das was wir wollen sind die bösewichte lüge es kommt doch oben schon wieder ein bogenschütze oder da ist noch einer alter wie viele sind denn das fünfe sehe ich gerade schiffest glaube ich ja 6 glaube ich ja ich habe Der ist weg. Der ist auch weg. Nein, nein, das ist gar nicht gut. Das ist zwar nicht gut. Diese Bogenschützen legen mich so auf. Das ist gar nicht gut. Boah, wie, das sind ja auch gleich wegrennen. Also Bogenschütze mit einem Schwert bekämpfen, echt kacke, wenn die wegrennen. Ha, da die von hinten erst mal im Rücken reingeballert. Der ist schon mal weg, jetzt haben wir noch zwei. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Ich glaube, das war's jetzt. Puh, äh, wenn ihr mal einen alten TFT habt, wo kaputt ist, bei einigen hab ich da Fressen-Sillen-Folien drin gefunden. Fressen-Sillen-Folien drin gefunden. Damit kann man eine Menge Blödsinn machen, aber Vorsicht. Was ist das? So, erstmal alles einsammeln hier. Fressende Linsen. Ach, Linsen zum Feuer machen zum Beispiel. Ah, okay. So, wie man es aus Filmen kennt mit der Brille. Oh, hier haben wir, hm. Okay, hier ist was. Da ist was. Da liegt auch noch was. Okay. Okay, hier. Und Salz, müssen wir aber vielleicht kein Salz mehr kaufen, ist auch nicht schlecht. Da oben war noch was. Kurz warten. Hier oben steckt noch was. Ja. Das sind schon einige Sachen, die man auch noch nicht benutzt hat, ne? Weil man so noch nicht brauchte. Aber die Zeit wird kommen. Okay, da ist was. Hier ist nichts mehr. Das da hatten wir schon. Das da unten auch schon. Okay. Gut. Das war ja jetzt eine Kupfermine. Die haben wir jetzt auf jeden Fall mal gelootet, aber... Ja. Wo können die da jetzt? Das hier sieht ja aus wie Häuser. Da waren wir wahrscheinlich auch schon ein paar Mal. Da zeigt er auf jeden Fall nicht an. Hier könnte vielleicht was sein. Das ist Sandstein. Wir brauchen ja Kalkstein. Da wird keine Miene sein, weil hier schon eine ist. Da ist Silber. Eisen. Silber. Waren wir da? Haben wir schon mal Silber? Hier waren wir schon. Hier kann es nicht sein, weil hier würde er ja sonst irgendwie auch so eine... Was auf der Map zumindest anzeigen. Vielleicht hier unten, ne? Hier vielleicht. Das sieht da... Das sieht sehr verdächtig aus. Oder hier. Das sieht auch verdächtig aus. Könnte auch sein. Was ist das denn nach Hause? Auspacken. Pen gehen. Also doch, bis zum Null-Eggie. Okay. Nee, warte. Wir machen erstmal... Das da hinten rein. Ich würde hier... Von diesen Rehfell würde ich auch mal zwei rausnehmen. Und von den Wolfsfell auch. Ja. Grimdorm kenne ich nicht. Diablo habe ich einmal gespielt. Ein einziges Mal. In der Beta habe ich das gespielt. War okay. Aber es war mir dann auch einfach zu teuer, um es weiterzuspielen. In der Vollversion dann. So, das da rein. Das, das, das. Das. Also es war mir zu diesem Zeitpunkt zu teuer, weil auch noch andere Sachen anstanden bei mir. Darum war es zu teuer. Wir packen die beiden mal hier hin. Die hier hin. Und dann kommt der da rein. Stein kommt da auch rein. Der auch. Und den hatten wir hier noch. 21. Das ist ein Eisen. So, damit können wir jetzt aber noch nichts anfangen an einer Schmiede. Oder am Schmelzofen. Da brauchen wir Silber. Für Silberbachen brauchen wir Silber. Ja, wir brauchen erst die Blaupause, ne? Das ist es. Die Blaupause brauchen wir erst. Aber wir können auch da unten das Silber mal gucken. Das würde auch gehen. Und da brauchten wir ja Kalkstein für. Genau. Und da steht Konstruktion, Bergwerk. Und der. Aber wenn ich hier gucke, bei Eisenbarren. Ah, okay. Eisenbarren ist Bastienkonstruktion. Aber nicht das Erd. Okay. Gut. Kalkstein. Müssen wir ja irgendwo hier finden. Ne? Wenn ich hier gucke. Wir sind ja hier. Ist das da oben? Ne, hier. Nein, da. Ne, hier. Mein Gott. Wann ist der? Ist hier diese Region hier? Muss ja da irgendwo denn sein. Ich habe auf absehbarer Zeit eh kein Geld mehr zum Zocken. Will mehr im Real Life machen. Das auf jeden Fall ist ja auf jeden Fall. Macht das auf jeden Fall. Lachs. Oh, vier rüberschicken. Rehfleisch. Schilf. Schilf. Äh. Acht. 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 Okay, wir gehen erstmal mal in die Hütte. Die drei nehmen wir mit. Ja, drei reichen. Apfel. Die kommen rüber. Die kommen rüber. Okay, das bleibt so. Wie viel Zucker haben wir? Salz? Drei. Nummer drei. Jetzt rufst du die T-Burte heran. Pass auf, Egi. Huhn. Der war vorhin hier, ja. Der kommt auch nochmal. Der kommt nochmal. Bin ich mir sicher. So, dann machen wir noch ein Reparaturset. Oder zwei. Und dann gehen wir pennen. Ah, wir müssen... Ah, okay. Okay. Ja, nee. Okay. Oh, erstmal Kupfer barren. So. So, jedes Mal gilt für zahlen, ne? Ach, der war kurz bei dir und hat, ach so. Achso. Da schlingelt er. Wie findet er denn die Zeit, zu dir zu kommen? Der ist doch auf Hub. Wir waren zusammen auf Hub. Okay, machen wir zwei Stück. Ach, geht hier wieder nur einer. Der kam eigentlich nur, weil er mir das Wechselgeld von seiner Mutter gebracht hat. No Kappa. Ach, irgendwann seht ihr euch auch mal irgendwie live, denn aber doch. Ah, das wird lustig. Gut. Amy, Junge. Ja, da gibt es einen Kuss. Pferdekuss. Pferdekuss. Ein Kuss auf, Linus. Hmm. Zack. 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 So. Zapsarap. Und dann wollte ich hier hin. Hey, Amy, I'll check by you. Die Ried. Die sind auch sehr kleine Flecken. Die Ried. Die Ried. Oh, da unten. Kalkstein. Da unten gibt es Kalkstein. Jawollo. Dann müssen wir da hin. Yay. Wenn ein Pferd mich küsst, egal, aber ich habe ein bisschen Angst, dass die mal schlechte Laune haben und nach einem Treten. Ja, das tut richtig. Also da kann ja die Kira auch ein Lied von singen, denke ich mal. Die hat ja heute auch nur einen Tritt gekriegt, aber nicht in dem Sinne, sondern auf dem Fuß so rauf rum getrampelt. Ich bin einmal geritten auf eine Frau. Nein, nein. Ich bin einmal geritten auf dem Pferd und bin runtergefallen. Ich bin... Mein hinterm Pferd steht auf der linken Seite aufgestiegen und auf der rechten Seite direkt runter. Da war ich... Da war ich halt einfach... Weiß ich nicht, war ich denn da acht oder so? Acht, neun? Also vor 13 Jahren. Oder einfach nur spielen wollen. Hab gesehen, die beißen sich manchmal. Muss ich nicht... Okay, das habe ich... Das habe ich noch nicht gesehen. Was... Was wollt ihr?